Wir kommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker und letztes Mal so wer da stehen geblieben vor die roten Kissen und aaaaaaah Ja, Philipp wollte auch so gerne bei dir so bla bla Das macht Spaß, genau Ja? Ok, das war ein bisschen Ja, wir fahren jetzt zu... Wir fahren jetzt, äh, gehen jetzt zu Vokori Perfekt, du So Ja, machen wir was zu essen So, und jetzt bin ich alleine So, bla bla bla, keine Ahnung Hä? Hi 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 So Ich hab hier gespielt Ja, toll, jetzt kannst du bitte rausgehen, danke Ich hab nur geguckt, was hier gespielt und was hier viel Ja Jetzt fühle ich mich genervt So, ja Ja, äh, äh Äh, äh Das ist irgendwie einfach so Äh, äh, das ist irgendwie einfach so So, jetzt weiß ich grad nicht, wo ich hin soll Wo soll ich hin Wo soll ich hin? Ja, wo soll ich hin? Leute Leute, viel weiter Ich habe einen So, er zahlt sich viel. Ich soll den Brief hier in Akumori bringen, da probieren wir gerade eben ein Bad. Ja, wie viele Parts nehme ich jetzt nachher noch mit Philipp auf? Ich habe gerade keine Ahnung. Ja. Na, jetzt nerven mich wieder tausende von Leuten. Philipp! Na? Ich werde gestört. Ich weiß, wir dürfen meinen Zugucken. Ja, ihr dürft Zugucken kein Wort sagen. Wenn ihr nur ein Wort sagt, dann seid ihr dran. Boah. Pssst. Ja. Sind das alle deine? Ja, nicht alles. Philipp sind alles Philipps. So, jetzt haltet ihr alle eure Klappe. Warum? Weil ich das sage. Nö. Philipp! Philipp! Doch. Er saugt dafür, dass ihr wieder rausfliegt. Philipp. Ja, Philipp. Ja, Philipp. Und jetzt haltet ihr alle leise. Wenn ihr nur ein Wort sagt, ihr fliegt alle wieder raus. Philipp, Philipp. Halt deinen Mund. Okay, kanns gleich wieder rausgehen. Ich habe doch nur gesagt, ich will dir die. Oh, noch mehr. Was sollen die hier alle? Schnauze 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 Sind die hier ein Kilo oder was? Wo soll ich überhaupt hin? Kommt rein Horrücklich Die stört richtig Der muss leise sein Und was ist der nicht wussten muss? Der muss rausgehen Dann muss der aber Der muss einfach mal leise sein Ja Am besten wäre das gleich Die Aufnahme sofort zu lassen Wo muss ich hin? Was? Muss ich zurück zur Okobi Ja Sechs Minuten Bereits Sechs Erst Erst Ja doch Wenn sechs Minuten die gestört werden Äh Weitere vier Minuten die gestört werden Ja Willst du was machen? Philipp, ihr steigt das in YouTube ein? Ja, in Facebook Oh cool Ihr müsst paleise sein So Leute So Leute Da war das hier ja Ein, zwei, drei, vier, fünf Kopf Kilo sitzt Ich bin hier so der Speedrunner Ihr müsst bedenken, ich esse mit einer Hand Und gleichzeitig werde ich noch mit einer Hand schnauzen Das ist schwer Ja Das ist schon ein bisschen Ja Wie ist das? Das ist schon ein bisschen Das ist schon ein bisschen Wo soll ich dir erzählen? Ach ja. Und da? Ja, von da komm ich doch nicht hin. Acht Minuten. Doch. Sorg dafür, dass wir den nächsten Part alleine aufnehmen. Ich hab gedacht, wenn die die Schleißen fangen... Ja, die haben schon alle genervt. Bis auf. Der hat doch kein Wort gesagt. Ist doch egal. Ja, hier bin ich nur wiederfand. Das ist für die auch neu. Was? Das geht? Erstens das und zweitens, dass wir jetzt Facebook und Youtube so machen. Was? Das ist nur noch ein bisschen die Karte. Wow. Ich bin weg die Karte. Das ist die Ärger, diese Olde Medoni oder wie die Toppanis. Wie ist sie da hin? Hä? Ist das auf die andere Seite oder wie? Niederläschen, brauche ich Bock? Ja. Ach, da ist sie doch. Du bist tatsächlich gekommen. Zeig mir bitte. So wie falsch. Blablabla. Ich hab Bruder auch. Ich wär ein Chica. Ja. Vielleicht bin ich bis heute jeden Tag hier oder was? Ich weiß nicht. Bisschen tue ich doch das. Zehn Minuten. Gleich. Tne oder endlich bin. 20 Sekunden. Ja ich neb 4 vielleicht wieder F12 von ihr, ich hab das gelungen. 11 2 Minuten. Mehr auf insgesamt. Ja, jetzt mach Stella du scheiße. B써! blablabla sagt war Ich weiß nicht, dass der richtige Wind ist. Au dich. Krass. Schlell. Scheiße. Aber bestimmt von hier aus. Wieso? Aber ich kann es nicht. Nächstes Mal soll ich wieder zacken. Ja, geht doch. Halt dich. Was machen wir mit dir? Ja, jetzt kann ich Wasser rein tun, die Bomben wässern und dann kann ich nicht diesen Stein kaputt machen und hier alles mit Wasser fluchen. Das haltens genug? Mach auf X. Nee. Z war frei, deswegen. Wieso? Das Wasser gefüllt. Wusstest du schon, wenn man rollt und dann springt, dass man weiterkommt? Ja. Ja. Ja, es ist immer so. Ja. Ja, es rollt und dann springt. Ach ja, hier bitte. Ja. Ja. Ja, es ist ja befruchtet worden. Ähm. Ja. Ja, ich bin jetzt bei den Füßen. Jetzt. Nein. Ich muss ein bisschen schlägt noch hinten. Vielleicht muss er erst ein bisschen später werfen werden. Boah, der Voltan. Geht doch, das hat alles geflutet, wie gesagt. Ich spiel doch bis zum ersten Tempel. Also ich bin gleich da. Ähm. Rate mal. Äh, 11, 12. 13, 14 Minuten. Ja, was guckt ihr euch das alle an? Bleibt sitzen. Ja, 14 Minuten. Wisst du, da ist auch schon der erste Tempel. Was ist das für ein Tempel? Der allererste. Okay. Und du darfst sofort. Ich dachte, wir haben den ersten Tempel-Spiel. Den ersten Part, wo du anziehen. Ja. 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 Wie gut machen? Mik wie das? Zum Kotzen werfe ich? Ja. Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube ich auch. Ja. Ja. Ich muss früher werfen. Ja. Und jetzt. Geht doch. Stauze. Das ist Schluss. Jetzt wartest du. Stopp. Und vor mir in der ersten Zeit. Mach du aus. Ne, weißt du. Ich würde in den ersten Tempel reingehen. Wo sie jetzt. Schauser, oder? Bla bla. Herzlich willkommen zum nächsten Part 2. Let's play. Herzlich willkommen.